Haben Sie die Gold Rallye verpasst? Wir schauen uns heute mal Silber an und Platin, weil im Gegensatz zu Gold sind das beides Edelmetalle, wo die Produktion zurzeit deutlich unter der Nachfrage liegt. Und bei dem Ganzen geht es aber auch um große Zukunftsthemen, zum Beispiel um Klimapolitik, um Solarzellen, um Autos und um fossile Brennstoffe. Was ist eigentlich aus unseren Klimaklebern geworden, wo sie uns doch schon so ans Herz gewachsen sind? Irgendwie sind sie weg. Ab und zu stören sie vielleicht noch mal eine Schlagerveranstaltung, so wie die hier. Das Dankeschreiben von mir ist dafür schon raus. Aber wenn wir ehrlich sind, klar, wer braucht noch Klimaaktivisten? Wenn doch sogar schon Volker Wissing, der Verkehrsminister höchstselbst, wenn der schon sagt, wir haben ein Klimaschutzgesetz und darum brauchen wir ab Juli auf jeden Fall zwei Tage bundesweites Fahrverbot pro Woche. So geschehen letzte Woche. Die FDP, die ist also plötzlich für Fahrverbote und die SPD und die Grünen protestieren dagegen. Das ist gelungene Kommunikation. Es war natürlich nur eine Warnung, das Ganze. Er hat damit sagen wollen, wenn man das Gesetz jetzt nicht ändert, dann gibt es eben wirklich keine andere Möglichkeit mehr als solche Fahrverbote. Weil das Gesetz schreibt vor, dass Deutschland eben nicht nur insgesamt Klimaziele erreichen muss, sondern dass auch jeder einzelne Sektor bestimmte Klimaziele erreichen muss. Und der Verkehrssektor, der hinkt da eben stark hinterher im Moment. Jetzt kann man natürlich sagen, ja, dann hätte der halt irgendwas tun müssen dagegen. Zum Beispiel, dass er die Elektroautoförderung nicht streicht. Oder man könnte aber umgekehrt auch sagen, was soll dieses Gesetz überhaupt? Wo doch sowieso schon ein Verbrennerverbot kommen soll. Und wo es doch sowieso schon auch EU-weit den Emissionshandel gibt, der dann ja auch ausgeweitet wird. Also warum dieses Gesetz jetzt auch noch? Und das Gesetz ist übrigens von der Union eingeführt worden, beziehungsweise von der Großen Koalition. Und die Ampel, die hat jetzt aber ein Einsehen gehabt und die schafft jetzt das Gesetz mehr oder weniger ab. Und schon sind die Ziele wieder erfüllt, ohne dass man was machen muss. Das ist Klimapolitik. Warum erzähle ich das alles? Es geht doch jetzt um Edelmetalle. Ja, aber bei einem von den Edelmetallen, da geht es eben auch stark um Autos und um Verbrennermotoren. Das ist Platin in US-Dollar, der 20-Jahres-Chart von TradingView. Platin war mal das Wertvollste vom Wertvollen. Wenn Sie ein super Bankkunde waren zum Beispiel, dann haben Sie von der Bank eine Platin-Kreditkarte bekommen. Oder wenn Sie ein unglaublich erfolgreicher Schlagerstar waren, so wie der vorhin, dann haben Sie eine Platin-Schallplatte überreicht bekommen, weil Sie haben damit ja dann viel mehr Alben verkauft als der mit der goldenen Schallplatte. Gold war natürlich toll, aber Platin war damals noch viel besser. Nur Sie sehen, was daraus geworden ist. Es hat noch mal eine gute Zeit gehabt, natürlich vor der Finanzkrise und dann auch noch mal kurz nach der Finanzkrise, aber jetzt ist es fast 60% unter Allzeithoch. Und das in einer Zeit, wo man ja eigentlich meinen sollte, alle reißen sich um Edelmetalle. Und das ist der direkte Vergleich zwischen Gold und Platin. Bis zur Finanzkrise, da waren sie ungefähr im Gleichlauf. Aber danach ist Gold davongezogen und ist jetzt auf 20 Jahre 450% im Plus. Aber für Platin, da hat sich eben keiner mehr interessiert. Vor allem die letzten Jahre auch nicht mehr. Und damit ist es in 20 Jahren jetzt nur um 4% gestiegen. Das ist ziemlich niederschmetternd. Ist Platin jetzt zu billig? Es ist ja ein bisschen eine Binsenweisheit. Platin und Silber, die sind nicht wie Gold. Gold ist das große monetäre Metall. Und bei Platin und zum Teil auch bei Silber, da hängt aber eben auch viel von der Industrienachfrage ab. Gold wird jetzt zwar auch in der Industrie gebraucht, aber bei Platin und bei Silber, da ist dieser Anteil viel höher. Bei Platin sieht es ungefähr so aus. Die zwei unteren Teile, das sind Nachfrage aus der Schmuckindustrie und Investmentnachfrage. Das sind auch immerhin zusammen 44%. Aber der Rest ist Industrie. Und es gibt da eben den kleineren Anteil links oben. Das ist Chemie, Ölindustrie, Elektronik und so weiter. Aber der ganz große Batzen rechts oben, das ist die Autoindustrie mit 31%. Und davon sind das meiste Abgaskatalysatoren, hauptsächlich für Dieselmotoren. Und da liegt der Hund begraben. Weil die Marktteilnehmer, die sagen jetzt natürlich, Platin, das braucht kein Mensch mehr in Zukunft. Die Zukunft sind Elektroautos, der Verbrennermotor, der stirbt aus. Und darum wird auch die Platin-Nachfrage immer mehr zurückgehen. Aber ist das wirklich so? Also, das Elektroauto ist im Kommen, das stimmt schon. Aber wie ist es denn zum Beispiel hier jetzt bei uns, wo ja der Verkehrssektor offensichtlich seine Klimaziele nicht einhält? Kaum war die Elektroautoförderung weg, da ist der Anteil bei den Neuzulassungen von denen jetzt im März schon wieder auf 12% gefallen. Das heißt, fast 9 von 10 neuen Autos, wenn man jetzt die Hybride noch dazu nimmt, fast 9 von 10 von denen haben einen Verbrennungsmotor noch. Und weltweit sieht es jetzt ja auch nicht großartig anders aus. In den USA zum Beispiel, da liegt der Anteil nur bei 9%. Und wenn Donald Trump jetzt wieder Präsident werden sollte, dann wird auch da wahrscheinlich die Förderung für Elektroautos gestrichen. Viele bei uns hier regen sich darüber auf, aber bei uns ist es ja auch nicht anders, wie gesagt. Und dann haben wir auch noch viele, viele Länder in Asien, in Afrika, in Lateinamerika, wo man sich für Elektroautos jetzt auch nicht besonders interessiert. Und auch da aber, wo man sich stark fördert, zum Beispiel in China, auch da ist der Anteil jetzt auch erst bei 34%. Und China plant bis jetzt auch kein Verbrennerverbot. Und das Verbrennerverbot in der EU, das kommt zwar 2035, aber bis dahin ist noch lang hin. Und auch die EU steht ja nur für 15% vom gesamten globalen Automarkt. Und was bei Platin auch besonders wichtig ist, das ist die Nachfrage aus dem Lkw-Sektor. Und da haben wir bis jetzt aber so gut wie gar keine Elektroantriebe. Mit anderen Worten, die Platin-Nachfrage aus der Autoindustrie, die müsste eigentlich noch relativ hoch sein. Und sie ist es auch. Und damit haben wir jetzt die Situation, dass der Platin-Markt jetzt in einem schweren Defizit ist. Das will nur keiner sehen. Das hier ist die Marktversorgung sozusagen. Also Angebot minus Nachfrage vom World Platinum Investment Council. 2021 und 2022, da war der Markt wirklich noch überversorgt. Aber letztes Jahr ist er dann in ein Defizit gefallen von 870.000 Unzen. Dieses Jahr ist das Defizit wahrscheinlich nicht mehr so hoch. Die Schätzung ist bei 418.000 Unzen, weil das Recycling jetzt zunehmen soll. Aber das World Platinum Investment Council geht auch davon aus, dass der Markt mindestens bis 2028 in einem Defizit bleibt von 500.000 Unzen pro Jahr. Und ein großes Problem ist, dass die Platin-Produzenten jetzt auch kein Geld mehr verdienen. Das meiste davon kommt aus Südafrika. Das sind mehr als 70 Prozent. Dann noch Russland, Zimbabwe und Kanada. Die sind auch noch wichtig. Und Südafrika hat auch noch ein paar andere Probleme, zum Beispiel mit der Stromversorgung. Und der Sektor in Südafrika ist in einer schweren Krise. Die Hälfte von den Produzenten da, die macht bei den Preisen zurzeit Verlust. Und es werden Minen dazu gemacht. Und die Platin-Produktion in Südafrika, die war mal bei 5,5 Millionen Unzen. Jetzt ist sie noch bei 3 Millionen Unzen ungefähr. Tendenz fallend. Und das kann aber eigentlich nur heißen, entweder steigt der Preis jetzt langsam wieder, oder aber es werden noch mehr Minen geschlossen. Und er steigt dann irgendwann später noch stärker. Mir ist bewusst, dass ich das heute nicht zum ersten Mal sage. Ich habe sogar schon vor zwei Jahren hier mal gesagt, dass ich Platin relativ positiv sehe. Und passiert ist seitdem aber nichts. Außer, dass wir das Defizit jetzt wirklich haben. Es ist ein Rohstoff, für den ist eben das Sentiment nach wie vor ratten schlecht. Und ich kann Ihnen jetzt auch nicht sagen, wann sich das ändert oder ob sich das ändert. Aber ich bleibe dabei, für mich ist Platin unterbewertet. Und genauso wie Gold und wie andere Edelmetalle, da beobachten wir hier das natürlich auch weiter. Und wenn das Thema für Sie spannend ist, zum Kanalabo geht es hier unten. Jetzt hört sich das Ganze vielleicht ein bisschen so an, als wäre Platin so eine Art Edelmetall für die ewig Gestrigen, für die Zukunftsverweigerer mit ihren Verbrennerautos, für den petro-maskulinen Mann, habe ich neulich gelesen. Man lernt ja jeden Tag was dazu. Aber das wollen wir natürlich hier nicht. Und darum habe ich jetzt gleich noch das Gegenmetall für unsere weltoffenen Softies, nämlich Silber. Warum ist es so? Silber mag man irgendwie, wenn man progressiv ist. Weil man braucht es ja für Hochtechnologie, man braucht es für tausend technologische Anwendungen und ganz besonders auch für Solarzellen. Und da hängen auch die großen Hoffnungen dran für die vielen Silberbullen. Man muss dazu aber auch gleich mal eins sagen. Der weltweite Solarsektor, der ist explodiert, gar keine Frage. Der Zubau hat sich zum Beispiel in den letzten zehn Jahren mehr als verzehnfacht. Aber der Silberverbrauch, der ist in der gleichen Zeit nicht explodiert, weil der Verbrauch pro Modul immer weiter gefallen ist. Aber trotzdem, insgesamt profitiert Silber natürlich von der Solarindustrie schon. Und bei Silber, da ist wenigstens jetzt auch was passiert beim Preis. Das ist hochgeschossen die letzten Wochen zusammen mit Gold. Und wir sind jetzt wieder knapp unter dem Hoch von Mitte 2020 bei ungefähr 28 Dollar. Luft nach oben gibt es natürlich noch mehr. Das ist der 20-Jahres-Chart. Wir waren ja 2011 auch schon mal bei fast 50 Dollar. Das war aber ein ganz massiver, schneller Anstieg und ist dann auch wieder schnell wieder runtergegangen. Und wir sind aber auch bei Silber eben in einem hohen Defizit und zwar jetzt schon das dritte Jahr in Folge. Es war letztes Jahr bei 184 Millionen Unzen und gestern sind die neuen Zahlen rausgekommen vom Silber-Institut. Da ist auch gemeldet worden, dass die industrielle Nachfrage nach Silber letztes Jahr um 11 Prozent gestiegen ist. In einem Jahr mit wenig Wirtschaftswachstum ja eigentlich. Und die Nachfrage aus der Elektronikindustrie ist um 20 Prozent gestiegen und davon die aus dem Solarsektor sogar um 64 Prozent. Und hier die Industrienachfrage seit 2013. Die Grafik ist jetzt schon ein paar Wochen alt. Also das war vor den neuen Daten. Am Ende war es dann ja sogar noch besser das letzte Jahr. Aber man sieht, die Industrienachfrage, die steigt schon im Großen und Ganzen. Vor allem eben auch die aus dem Solarsektor. Das ist hier das hellblaue in den Balken. Und der Anteil vom Solarsektor an der Gesamtindustrie-Nachfrage ist damit auch schon bei über 30 Prozent. Und damit steigt auch das Defizit. Für dieses Jahr wird beim Angebot nochmal ein Rückgang um 1 Prozent erwartet und dadurch nochmal ein Defizitanstieg um 17 Prozent auf 215 Millionen Unzen. Klingt also ganz gut. Aber Silber ist eben zum Teil doch auch ein monetäres Metall. Nicht so wie Gold, aber viel stärker schon mal als Platin. Und das ist Segen und Fluch zugleich. Weil, wir wissen zwar, die Industrienachfrage steigt, aber das reicht leider nicht. Es gibt auch die Investment-Nachfrage Barren und Münzen und die ist gefallen. Und zwar deutlich um 28 Prozent. Ist es auch kein Wunder, 2022, da war der Ausbruch vom Ukraine-Krieg, da war eben die Nachfrage besonders hoch. Letztes Jahr ist sie dann wieder runtergegangen. Und auch die Nachfrage aus der Schmuckindustrie und nach Besteck, auch das ist aber deutlich zurückgegangen. Und hier haben wir die Gesamtnachfrage, das ist von 2022 über den Daumen gepeilt. Also Rechtsindustrie und Fotografie, das sind ein bisschen mehr als 50 Prozent. Man braucht also für einen steigenden Silberpreis dringend noch Schmuck, Silberwaren und Investment. Sonst hat man insgesamt keinen Nachfrageanstieg. Und dann kommt aber noch dazu, die Nachfrage hängt mit dem Preis gar nicht so großartig zusammen. Hier haben wir die Gesamtnachfrage und grob den Silberpreis auch. Das ist die blaue Linie, bis Ende 2023. Und dann sieht man schon, es hat nicht viel miteinander zu tun. Zum Beispiel ausgerechnet 2020, als die Nachfrage besonders niedrig war, da ist der Silberpreis besonders stark gestiegen. Weil es eben doch ein monetäres Metall ist und stark am Goldpreis hängt. Zum Golde drängt, zum Golde hängt, doch alles, auch Silber eben. Das heißt, die ganzen Fundamentaldaten, mit denen da viel argumentiert wird auch, also Solarzellen und so weiter, die spielen am Ende wahrscheinlich gar nicht mal so die große Rolle. Und wenn Sie aber mein letztes Goldvideo gesehen haben, dann wissen Sie auch, dass ich der Goldrallye eigentlich ziemlich misstraue zurzeit. Also ich halte es kurzfristig zumindest für überhitzt. Aber auf der anderen Seite, die Grafik hier, die es von Gold, Silber kommen, es gibt da ein interessantes Muster, nämlich wenn man eine Goldrallye hat, dann hinkt Silber erst mal ziemlich hinterher und holt dann aber oft auf und ist dann am Ende sogar viel stärker. Das ist nicht immer so, aber oft. Das heißt, wenn Sie davon ausgehen, dass Gold jetzt wenigstens stabil bleibt mal, dann könnte bei Silber jetzt schon noch was kommen. Und das ist dann vielleicht schon auch interessant für so eine kleine Wette, die man da jetzt eingehen kann, mit Silber oder auch mit ein paar Silberaktien. Jetzt haben wir also Silber gehabt für das Solarzeitalter und Platin für die Verbrennerfreaks. Aber vielleicht ist das Ganze ja gar nicht mal so der große Widerspruch. Man spricht ja oft vom Wüsten-Solarstrom, der kommen soll und der dann auch nur noch einen Cent pro Kilowattstunde kosten soll. Und dass man damit dann en masse Wasserstoff machen wird. Und dafür bräuchte man für die Brennstoffzellen dann auch wieder Platin. Aber das wird natürlich alles noch ziemlich lang dauern. Und wer weiß schon, was in 20 Jahren ist. Aber vielleicht macht man mit dem Billigstrom aus der Wüste dann ja auch E-Fuels. Das ist jetzt bestimmt auch nicht teurer oder dümmer, als wenn man Wasserstoff damit macht. Saudi Aramco, die ziehen jetzt schon eine Pilotanlage hoch für E-Fuels. Und die Saudis haben auch schon gesagt, es ist egal, was der Westen will, wir werden das liefern. Und damit sind wir wieder bei Volker Wissing. Der hat ja massiv drauf gedrängt, dass E-Fuels nicht unter das Verbrennerverbot fallen sollen. Und wenn die E-Fuels aber dann kommen würden, dann kann der toxische, petromaskuline Mann doch noch mit einem echten Auto fahren in Zukunft. Mit Platinkatalysator natürlich. Und das Verkehrsministerium schafft dann aber trotzdem seine Ziele. Ein Hoch auf das Verbrennerpatriarchat. Wobei es mich schon interessiert hätte, welche Klimaziele hätten denn eigentlich die anderen Ministerien bei uns gehabt. Also an was war zum Beispiel das Verteidigungsministerium gebunden und an was haben die gearbeitet? Am E-Panzer, am wasserstoffbetriebenen Marschflugkörper, an Handgranaten im Nachfüllpark oder doch statt diesen ganzen Hilfsflügen immer, die ja immer so furchtbar klimaschädlich sind, vielleicht doch endlich auch mal die Lastenradbrigade. Jetzt werden wir es nie erfahren, dabei wäre auch das eine große Chance gewesen. Der klimaneutrale Angriffskrieg, das ist wirklich der deutsche Urtraum. Aber die Ampel hat es wieder mal verbockt. Schade, schade. Aber schauen Sie hier trotzdem bald wieder mal vorbei. Vielleicht ja auch als neuer Kanalabonnent, wenn Sie dabei auf die Glocke gehen. Dann sehen Sie auch, wenn neue Videos von mir da sind. Zum Abo geht es hier unten. Alles Gute Ihnen. Dankeschön fürs Zuschauen.